So, meine liebe Frau Ziegler, bleiben Sie ruhig sitzen. Ja, also ich kann da nur noch gratulieren. Sie sind im dritten Monat schwanger. Ach, wirklich? Ich meine, sind Sie sich ganz sicher? Ja, wir haben uns zwar eben erst kennengelernt, aber eine Schwangerschaft diagnostizieren, das müssen Sie mir schon zutrauen, nicht? Ich kann es doch gar nicht glauben. Wissen Sie, ich wünsche mir schon so lange ein Kind. Und mein Mann natürlich auch. Ich habe schon gedacht, es wird nie mehr was. Drei Jahre warten wir schon drauf. Ich freue mich so, kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Ja, also nach den bisherigen Untersuchungsergebnissen sieht das alles ganz prima, ganz wunderbar aus. Wahrscheinlich werden Sie auch so eine Bilderbuchschwangerschaft haben wie Ihre Cousine, Frau Skabowski. Aber ich würde doch in der nächsten Zeit ein bisschen auf mich aufpassen. Ich denke aber, dafür wird Ihr Mann schon sorgen, ne? Okay, danke. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.